So, weiter geht's. Ja, jetzt langsam. Das ist ja hell. Woher ich da auskomme? Nee, hier bin ich da aus. Und die Tür. Noch dunkel. Das. Ich da noch. Es funktioniert nicht. Ja, ja. Ja, ja. Der Händler. Ich glaube, wir sind schon hinten da drin. Moment mal. Wo waren wir da hinten? Der wurde hinten irgendwo. Oh. Oh. Achso. Achso, ne. Und... Ja. Das muss doch hier gewissen sein. Ja. 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 Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ja. 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 Okay, könnte ich nicht. Oh, bitte noch mal. Oh, die B80 Kilo Schussbinder. 150 hört es auf. Jetzt mache ich das doch mal wieder. Ne, einmal leicht drücken, öfters leicht aufdrücken. Dann gehen wir die Sachen wegbauen. Dann haben wir das nämlich auch mal erledigt. Tag 2, Tag 7, kommt die Horde. Und kein Ausdauer noch, der Schlüsst. Ausdauer wird. Gut, ich habe München kaputt gemacht. Dann gehen wir mal spazieren. Dann kann ich auch noch mitnehmen. Warte mal, finde ich noch was. Bin ich noch ein... Ein bisschen Kilo. Dann kommen wir gleich mit uns. Übelst. Türschuhe. Dann kommen wir jetzt an uns. Möchtet. Dann kommen wir noch. Dann kommen wir noch. Hopp. und kunst ich nicht Ich bin schön, mach ihn mal bei Horde. die verknüppten knüppeln und skybox die waffen auch nicht nur dass du willst und ich und richtig trinken und das Gesundheit Und das war gut. wo sind sie denn hässlich am besten jetzt laufen und immer noch willkommen wenn ich nicht ich will sagen was für drücken wird ja die spitzen doch ein foto schon wenn es günstig ich glaube ich weiß und wenn man schon in der alfa 21 mit 2 mal eine zeit lang großen angeblich habe ich irgendwo gemacht ich habe es aber nicht so oft gesehen die straßen dann wollte ich muss erst mal hier hier sind die schnungen hier können wir schließen aber da bringt mir nicht viel geschlossen wir müssen da hinten aufgeschwindet werden wir schon sein wir müssen ja gar und hier könnten wir die vier objekten müssen da warte bevor ich die aufgabe hier annäme nicht dass der mir gleich in die querbe kommt jetzt kommt immer alles aber nicht noch nicht alles und die kristen aktivieren reinvollziehen und Dann nehmen wir da noch mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, und dann wollen wir noch mal eine andere tun, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Da muss ich ja sowieso Neustau teilen einmal. Ja und da ist nämlich hier wieder alles, diese große Haus, ne. Oh, warte mal, so geht es auch nicht. Hier bleiben sie leben, sie stecken sich einfach hinter der Türme. Was soll das denn? So, ah, gute Vorbild, nimm es noch was. Oh, Halleluja, ein Boot, Halleluja. Geh mir die McCauperin. Lix, 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 Lix. Lix, Lix, Lix. Lix, Lix. Lix, Lix. Wasser, aber hier kann man sein, Wasser machen. Du bist durstig, ja, bin durstig, ja. Ich bin auch immer durstig. Von Natur aus. Aber nicht. Dann sehen wir mal. Komm mal die Stühle mit. Die könnte uns mit das Leben rücken. Dieser Stuhl oder dieser Stuhl. Steht man nicht fürst. Das ist ja schon, das ist ja schon. Und ein Händchen kommt. Ich hab da ein Lieben-Händchen. Und da nichts. Und da ist nichts. Oh. Was ist denn? Ne. Oh. So. Ach so, irgendwann mal kam, wenn ich die Oma aus. Der schlägt den. Ach der da. Ach, ich bin nur der Bischauer. Ich hab nicht geladen. Das war Schluss. Ich hab nicht geladen. Halt. 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 Geben wir mal die Knobel Ne, da war ja wohl nichts Ah, mein Überflut, so viele Auf einen Haufen 2,5 Millionen Ne, da waren schon viele Gibt's doch gar nicht Mal eben was trinken So, weiter mit Ne, da waren ein Du, da waren schon viele Bis gut Und Warte ich schon, ne Oh ja, haben wir nochmal Verband gehabt Oh, das passt schon mal Ich will Das Einmal bitte das Wasser machen Wasser Und Auch wenn es mal Muss man jetzt auch immer wegnehmen Der stunde bräuchte ich nicht Die kannst du zu lösen Oder ich war schon voll Aber man kauft den Autor Autor Oh, Autor Das ist ein Hombau Hm Muss man schon mal hin ja nicht ich kann ja noch nicht machen was haben wir denn hier ich wollte ein Ding wieder wie du willst ich mach mal hier irgendwas aus ich hab mir die Bude voll was wachst du in mein Haus schicken du warte mal was geht hier nicht so im Balkonstück ich muss schon wieder hinlaufen das waren eindeutig schon viele und jetzt passocht нам на Punkt тут wohl 1 2 1 2 2 1 Ich weiß nicht ob, dass er die laden soll. Die hatte ich doch geladen gehabt. Ich brauche noch mal eine neue Aufgabe. Wo haben sie den Eingang? Ich verpasse meine Eingang. Wie sieht es aus wie ein Eingang? Warte mal, das war der andere Eingang. Oh Motherfucker, warte mal. Oh Motherfucker. Schau mal. Kann ich nicht erschießen, noch einen Schuss. Nehmen wir mal hier die 15. Ja, gib mir mal dein Money. Und was behalte ich? Abholung. Abholung. Wir nehmen das jetzt. Wird schon Glocken. Das Auskommen. Jetzt habe ich mich verlaufen. Und von den Auskommen nicht mehr. Oh doch. Oh, sagt mir nicht, das ist mein Haus. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ist das? Ich werde auch noch mal ein paar kühlen. Oh, das war noch mal. Und dann baue ich mich. Oh, das war letztendlich. Oh, ja. Jetzt bin ich auf die Woche zurück. Soll das ein wenig. Oh, ja. Oh, nein! Oh, nein. Oh, ne XP. Oh, wer schlägt mich denn hier? Du wagt sie mich schon schlagen. das ist die straße an der straße das kann ich gebrochen haben wir noch mal glück gehabt den schild den ich nur eingeschlagen hab ich sammle schon viel und du bist nur hier vorwärter schrug warte mal bist du ein häntchen oder bist du ein onkel willi du bist tanzchen wie aber und bleib liegen so kann sie nur etwas die würden die hörungen damit das schon angeschlagen ob ich schon entschuldigt da sind noch punkte da bin ich nur so hin Oh mal, ich bin schon mal. Und ich bin schon mal. Ich bin schon mal und ich bin schon mal. und wo kriegen wir noch nicht raus, wir haben noch gar nicht geguckt, wir haben noch nicht und jetzt? sieht nicht so aus ja, na gut, na dann, wir gehen mal steuern, einen kleinen stein rein und nutzen oh das läuft, hopp, ah Feri, ey, warte mal, da war ja Wannhalla, aber ich weiß nicht, ob das ja passt Wannhalla, Schombies, willkommen in 93, 94 Meter, immer weiß aber lange, aber das Haus kann ich doch explodiert das Ding, wenn man drauf schnitt, vielleicht kann das ja explodieren, ich weiß nicht Mensch, ich bin schwierig, hier Ah, da will noch erst cool Oh, was, dann lassen wir die Werkbank und, dann nimmt das ja auch noch mit Gibt's denn Briefkosten? Warte mal, hier gibt's nen Bogenstammer aber kein Honig immer dort waren sie wollen jetzt können bleibt liegen aber wieder gesorgt du läufst gerade aus du sputzt alles meine wende voll hier gibt es aber nicht kriegst du nicht mal aus den aus der mauer wirken aus den tapeten äh joh, muss der mauer wirksch...schon hier waren auch immer uns wollen wir knucken ich repariere ihnen mal die türe warten sie so in ordnung ich meine ja und immer nicht und jetzt sehen sie ja nichts machen sie die türe schon die schnocken dort noch mal sehen und und erst mal hier nichts das muss ja es ist ja klar dass ich fast muss man ist so das ist Oh, was muss ich noch? Ja, das ist gut. Geht mal doch habe ich besser für sie. Wahnsinn. Ich mache ihn auch nicht ein. Warte, das geht schon mal nicht so. Bleiben sie liegen. Das sind doch für sie. Hätten sie mal auf mich geholt. Ist hier was drin? Oh, halt. jetzt finde ich heute bitte ok geht mir nicht die wird hier noch da wird es noch draußen die ist schon gut verschlossen rufen das ist bestimmt der doofe Vogel äh, der Vogel der 8.0 Meter 8.4 Meter 8.8 Meter in der Oben ich glaube der ist Oben wir haben es geschnupft ich bin überleuten jetzt darf ich nur schluss naja das war schon genau warte mal der Boden geht ja nicht so schnell kaputt ja, wir haben auch noch unser Lut oh ja oh ja oh ja oh ja ja komm nee Tantchen so geht das nicht bleibt Regen Tantchen ist kaputt ja du siehst auch kaputt aus der kriegt doch gar nicht alles mehr rein Momentchen mal die kann ich essen und nur benutzen dann kriegt das nicht alles noch mehr rein dann kriegt das hier auch noch mehr rein und die bruch ich glaube ich nicht blut blut warte mal warte mal gut du bist kaputt ho ho und ich bin noch ganz ho ho aber nicht mehr lange glaube ich so wie der da alles versucht spielt nein so bleib komm spielen so genau jetzt lass mich hier raus jetzt mal die Lust am Keller gehen wir doch los ne da habe ich auch keine Lust schon Lust am Keller aber tausend ne da habe ich auch keine Lust dann gehen wir Lust am Keller aus wo wurde der Keller angegangen gute frage nächste frage hier ja war schuld äh hier lang glaube ich da war hier lang ähm hier lang sieht schon jetzt aus ne mein internet spielt schon wieder nur von löwen wir haben noch löwen schon Glück und vielleicht auch hier was haben oh die bin ein bisschen übernommen das fleißgut kann ich raus wo ich nicht nehme ich mal eine Starne oder hopp aber sowieso bei bei uns eben vorbei glaube ich hoffene punkte aufdruck ein bisschen mehr gut gut so lang die maustisch kommt ein wenig tritt sie einfach hier im rhein ja kommt wir sind ja noch nicht so stolz oder nur 12 Kno oder hier könnten wir ne den steuern ganz klar und auch hinterm Bohnen wirken. Ich kann hier auch schon alles schlaßen. Ich muss entladen. Das ist nur Tag 3. Na gut, das habe ich auf 90 Minuten stehenden Tages. Da passt der nicht mehr rein, warte mal. Lass ich eine Dose essen. Das haben sie aber auch neu gemacht. Die schlau nun bei uns vor, kann ich sagen. Das ist gut. Das ist gut. Das muss Reparior werden, ne? Können wir Reparior werden? Wunden kann ich schon zwei machen, ne? Auch nicht. Ja, was da? Ne, ne tolle Hobie. Auch nicht. Äh, noch nicht. Ähm, die eine Schuppe. Die lege ich jetzt auch mal hier mit rein. Die lege ich jetzt noch nicht. Das und das. Das und das. Oh, Momentchen. Du gehst schon bei den Medis. Die könnte ich nehmen. Die lass ich mal drinnen. Die lass ich auch mal drinnen habe ich. So, wir haben da sogar ein Glas Hormick. Was haben wir hier noch mit drin, ne? Ja. Und die... Die muss ich mal hier mit rein. Und ich muss kraften. Tiefen nicht drinnen gehabt. Und du beim gucken. Und du beim nächsten Mal. beim letzten mal von wo ich das gespielt habe schon anderthalb jahre oder zwei jahre da haben sie mir das haus eingerannt das komplette haus einmal reingerissen das anderthalb jahre ein jahr nehmen wir jetzt will und dann stimmt Oh ja, gut. Oh ja, gut. Ich nehme die Rohrbomben noch mal. Ich nehme das Stolzchen über. Let's get this over with. What am I feeling in the water? What am I feeling in the water? Ich bin gebucht. Ich bin gebucht. What am I feeling? What am I feeling in the water? 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 What am I feeling in the water?